Elva Raus Extra – der beliebte Kartenklassiker, jetzt mit dem Extra an Spielspaß für die ganze Familie. Ziel des Spiels ist, die meisten Punkte zu gewinnen. Sichert euch dazu möglichst viele Bonuskarten und versucht eure Handkarten loszuwerden, denn diese zählen am Schluss als Minuspunkte. Los geht's bei den Elfern. Legt von diesen ausgehend die Zahlen farblich passend an. Nach unten bis zur 1 und nach oben bis zur 21. Wer auf einer Seite einer Zahlenreihe die letzte fehlende Karte anlegt, gewinnt dafür eine Bonuskarte. Setzt im Laufe des Spiels die Sonderkarten-Kläffe ein. Brückenkarten bauen eine Brücke zu benachbarten Reihen. Joker dürfen anstatt einer beliebigen Zahlenkarte gelegt werden. Legt ein Spieler seine letzte Handkarte ab, endet das Spiel. Und die Punkte werden gezählt. Elvaraus Extra – für 2-6 Spieler ab 8 Jahren.